Musik Heute werden wir einmal über den Zorn Gottes sprechen. Und ich lese dazu einige Verse aus Offenbarung Kapitel 16, das heißt das ganze Kapitel, nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Da steht geschrieben, Dann hörte ich eine mächtige Stimme aus dem Tempel, die sagte zu den sieben Engeln, Geht und gießt die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde aus. Der erste Engel ging und goss seine Schale auf die Erde. Da bekamen alle, die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten, ein schmerzhaftes und schlimmes Geschwür. Der zweite Engel goss seine Schale ins Meer. Da wurde das Wasser zu Blut wie von Toten, und alle Lebewesen im Meer gingen zugrunde. Der dritte Engel goss seine Schale in die Flüsse und Quellen. Da wurden sie zu Blut. Ich hörte, wie der Engel, der für das Wasser zuständig ist, sagte, Du Heiliger, der du bist und warst, in diesen Urteilen hast du dich als gerechter Richter erwiesen. Allen, die das Blut des heiligen Gottesvolkes und seiner Propheten vergossen haben, hast du Blut zu trinken gegeben. Sie haben es verdient. Und ich hörte vom Fuß des Altars her Stimmen, die riefen, So ist es, Herr, unser Gott, du Herrscher der ganzen Welt, deine Urteile sind wahr und gerecht. Der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne. Da wurde der Sonne erlaubt, die Menschen mit glühenden Feuerstrahlen zu quälen, und die Menschen wurden von glühender Hitze versenkt. Sie verfluchten den Namen Gottes, der Verfügungsgewalt hat über solche Katastrophen. Aber sie änderten sich nicht und wollten Gott nicht die Ehre geben. Der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des Tieres. Da wurde es im ganzen Herrschaftsbereich des Tieres dunkel. Die Menschen zerbissen sich vor Schmerzen die Zunge. Sie verfluchten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und ihrer Geschwüre. Aber sie hörten nicht auf mit ihren schändlichen Taten. Der sechste Engel goss seine Schale in den Euphrat, den großen Strom. Da trocknete er aus. So wurde den Königen, die von Osten her einbrechen, der Weg gebahnt. Dann sah ich, wie aus den Mäulern des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkamen, die aussahen wie Frösche. Es sind dämonische Geister, die Wunder tun. Sie suchen alle Könige der Erde auf, um sie zum Kampf zu sammeln für den großen Tag Gottes des Herrschers der ganzen Welt. Gebt Acht, ich werde kommen wie ein Dieb. Freuen dürfen sich alle, die ihre Kleider anbehalten. Sie müssen dann nicht nackt umherlaufen, sodass ihre Schande allen offenbar wird. Die drei Geister versammelten die Könige an einem Ort, der auf Hebräisch Har-Magedon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale in die Luft. Da kam eine mächtige Stimme aus dem Tempel vom Thron Gottes her, die sagte, Es ist alles ausgeführt. Es blitzte und donnerte und dröhnte und die Erde bebte heftig. Seit Menschengedenken hat es auf der Erde noch nie ein so schweres Erdbeben gegeben. Die große Stadt wurde in drei Teile gespalten, und die Städte aller Völker wurden zerstört. Gott rechnete ab mit dem großen Babylon. Es musste den Wein aus dem Becher trinken, der mit seinem glühenden Zorn gefüllt war. Alle Inseln entflohen, und von den Bergen war keine Spur mehr zu sehen. Es hagelte zentnerschwere Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen. Sie aber verfluchten Gott wegen des Hagels, denn er war schrecklich. Zorn ist jedenfalls ein heftiger Gefühlsausbruch. Meist entlädt er sich plötzlich und ist unkontrollierbar. Was für Schaden und Leiden sind schon durch Zorn angerichtet worden. Väter haben ihre Kinder zu Krüppeln geschlagen. Ehemänner haben aus nichtigem Anlass alle Achtung vor ihren Frauen verloren und haben sie misshandelt. Kinder untereinander können sich in ihrem Zorn gefährlich verletzen, und mancher Chef verliert im Zorn die Beherrschung und behandelt seine Untergebenen Menschen unwürdig oder ungerecht. Je mehr Macht einer hat, desto gefährlicher ist sein Zorn. Und je stärker er ist, desto ungehemmter lässt er den Zorn an seinen Mitmenschen aus. Ein zorniger Mensch kann für seinen Nächsten eine echte Gefahr und einen Schrecken darstellen. Das wissen manche politischen Leiter und Agitatoren. Sie fachen deshalb auch oft bewusst und mit Lügenbildern den Zorn der breiten Massen an. In seiner blinden Wut kann der Pöbel dann alles Mögliche zerstören und den Ordnungskräften Angst einflößen. Wegen seiner oft verheerenden Folgen wird der Zorn als eine negative Eigenschaft und als eine Sünde gesehen. Und wegen seiner meist zerstörerischen Gewalt versuchen wir schon Kindern beizubringen, dass man den Zorn unterdrücken und beherrschen muss, sonst kann man eines Tages als Mörder im Gefängnis enden. Die Bibel warnt uns öfter vor dem Zorn des Königs oder des Herrschers, aber auch vor den schrecklichen Folgen, die unser eigener, unkontrollierter Zorn haben kann. Es ist besser, wir lernen es bei Zeiten, den Zorn als Untugend zu sehen und ihn zu beherrschen, damit er keinen Schaden anrichtet. Der Zorn hat aber auch noch eine andere Seite. Er kann dem Menschen Mut und Kraft verleihen. Schon manch einer ist in seiner Empörung und seinem Zorn zu Taten fähig geworden, die er sonst nie gewagt hätte. Er ist vielleicht vor größere, stärkere und einflussreichere Leute getreten, die er sonst gemieden hätte. In seinem Zorn hat er es aber gewagt, ihnen die Meinung zu sagen. Andere haben sich für Schwächere eingesetzt und sie unter Lebensgefahr verteidigt, nur weil sie zornig über eine Ungerechtigkeit waren. Der Zorn kann auch einem Menschen helfen, der sich plötzlich gegen eine Übermacht oder einen viel stärkeren verteidigen muss. Sagen wir einmal, jemand wird von Räubern überfallen oder von Einbrechern überrumpelt. Die Empörung und Gefühlsaufwallung setzt auf einmal verborgene und ungeahnte Kräfte frei. So kann man also auch sagen, dass der Zorn ein Lebensretter sein kann. Wie sollen wir den Zorn nun bewerten? Sollen wir ihn verurteilen, unterdrücken, bestrafen? Ist Zorn etwas Negatives, das wir bekämpfen müssen? Ist er Sünde? Oder sollen wir dem Zorn freien Lauf lassen? Sollen wir ihn vielleicht sogar provozieren und fördern? Können wir es von jedem Menschen erwarten, dass er sich mäßigen und beherrschen kann? Oder gibt es Personen, die ihren Zorn gar nicht kontrollieren können? Kann man es lernen, seinen Zorn in Schranken zu halten? Ist Zorn überhaupt etwas, was wir lenken und steuern können? Oder kommt es einfach so über uns? Sicher hat es über dieses Thema schon verschiedene Ansichten und wohl auch Modeströmungen gegeben, die von einem Extrem bis zum anderen reichten. Heute soll uns in dieser Sendung aber nicht so sehr der Zorn der Menschen als vielmehr der Zorn Gottes beschäftigen. Gott kann auch zornig werden. Allerdings ist Gottes Zorn ein heiliger Zorn. Er richtet sich gegen das Böse, die Sünde und Ungerechtigkeit. Gottes Zorn ist nicht ein unkontrollierter Gefühlsausbruch, der unübersehbare und fatale Folgen haben muss. Niemals führt Gottes Zorn zu einer Sünde oder einem Fehler. Sein Zorn ist geplant, begrenzt und wird zu einer vorher bestimmten Zeit ausgeführt. Und davon haben wir heute in der Offenbarung gelesen. Schon im Kapitel 15, Vers 1, also dem vorigen Kapitel, heißt es, dass sieben Engel die sieben Katastrophen bringen, mit denen Gottes Zorn zu Ende geht. Im Vers 7 spricht Johannes wieder von den Engeln mit den sieben goldenen Schalen, die bis zum Rand mit dem Zorn Gottes gefüllt waren. Im folgenden Kapitel 16 wird dann beschrieben, was die einzelnen Plagen in den Zornesschalen Gottes waren. Da werden schmerzhafte Geschwüre genannt, die Verwandlung des Wassers im Blut, welches ein großes Fischsterben zufolge hat. Große Hitze, Dunkelheit und Trockenheit werden erwähnt. Bevor wir bei anderer Gelegenheit auf die einzelnen Plagen eingehen, wollen wir uns einmal grundsätzlich mit dem Zorn Gottes beschäftigen. In Bezug auf den Zorn Gottes wollen wir uns drei Fragen stellen. Die erste Frage lautet, wodurch wird der Zorn Gottes überhaupt hervorgerufen? Da müssen schon wirklich schwerwiegende Ursachen vorliegen, denn Gott ist eigentlich sanftmütig und geduldig. Er gerät nicht schnell außer Fassung und schon gar nicht lässt sich Gott durch plötzliche Gefühlsregungen bestimmen. Er handelt nach seinen ewig gültigen Prinzipien und nach Recht und Gerechtigkeit. Wo aber die Menschen sich nicht nach Gottes Geboten richten wollen, da kann auch sein Zorn entbrennen. Im Alten Testament wird der Zorn Gottes besonders häufig erwähnt. 230 Mal wird hier im Gesetzbuch, in den Psalmen und den Propheten vor Gottes Zorn gewarnt. Was Gott besonders zu provozieren scheint, sind zuerst das Murren und die Kritik des Volkes. Seit dem Buch Exodus oder dem Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, finden wir immer wieder das Murren gegen Gott. Dabei hat der Herr alles Mögliche getan, um seinem Volk zu helfen und es bestens zu versorgen. Die ständige Kritik und die Unzufriedenheit seines Volkes haben Gott zum Zorn provoziert, und sie provozieren ihn auch heute noch zum Zorn. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit Unzufriedenheit und Kritik gegen unseren Schöpfer und Gott. Eine weitere Ursache war der Unglaube. Gott sucht bei den Menschen Glauben und Vertrauen. Wo das fehlt, da fehlt auch die gesamte Grundlage für alle Kommunikation. Das Schlimme war aber, dass die Menschen Gott oft in wunderbarer Weise erfahren hatten. Sie haben Proben seiner Existenz, seiner Weisheit, seiner Macht und Stärke gesehen, aber im entscheidenden Augenblick haben sie wieder gezweifelt und dem Herrn ihr Vertrauen entzogen. Das hat Gott oft zum Zorn veranlasst. Und das veranlasst ihn auch heute noch zum Zorn. Überall, wo Menschen schon viel über ihn gehört und ihn vielleicht auch selbst schon erlebt haben und ihm doch nicht bedingungslos vertrauen, da entbrennt Gottes Zorn heute und in aller Zukunft. Gottes Zorn wird heraufbeschworen, wo Menschen sich anderen Göttern zuwenden. Götzendienst ist eine furchtbare Beleidigung des Herrn. Er wird sie nicht übersehen und sein Zorn wird sich über jeden entladen, der ihn missachtet und anderen Göttern den Vorrang gibt. Ungehorsam gegen seine Gebote und seinen Willen ist eine weitere Ursache für den Zorn Gottes. Die Gebote des Herrn sind klar und eindeutig. Sie sind heilig und gut und sollen unserem Besten dienen. Aber viele Menschen kümmern sich nicht um den Willen Gottes. Sie verachten seine Gebote und handeln nur nach ihrem eigenen Willen und Gutdünken. Solch ein Verhalten ist sehr gefährlich, denn der Zorn Gottes wird den Sünder und Übertreter treffen. Wenn auch nicht gleich, so doch ganz sicher zum Zeitpunkt des Gerichtes. Es gibt so viele Menschen auch heute noch, die sich nichts aus Gott und seinem Willen machen, die ihn beleidigen und ignorieren. Diese Leute wird eines Tages der furchtbare Zorn Gottes treffen und ihnen auf einmal deutlich machen, wie ernst die Lage wirklich ist. Die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, lautet Was bewirkt der Zorn Gottes unter den Menschen? Rein äußerlich gesehen richtet Gottes Zorn großen Schaden und Leid an. Im Zorn entzieht Gott den Menschen die Basis zum Leben. Er lässt Katastrophen, Krankheiten, Kriege, Hunger, Not und Elend über sie kommen. Der Zorn Gottes verursacht Schmerzen und Qualen aller Art, denen kein Mensch entgehen kann. Schließlich vernichtet Gottes Zorn seine Gegner und er lässt sie plötzlich oder jämmerlich zugrunde gehen. Das war so bei der Sintflut und bei der Vernichtung und Zerstreuung des Volkes Israels und es wird immer bei allen Menschen so sein. Aber das ist nicht alles. Der Zorn Gottes bewirkt eine ewige Strafe und Qual über die, die ihm nicht vertraut und ihm nicht gehorcht haben. Das Leiden der Gottlosen hat kein Ende auf dieser Erde. Es geht an einem anderen Ort weiter. Gottes Zorn ist vernichtend und verheerend. Er hat die Vergeltung zum Ziel. Es wird den Rebellen, den störrischen und frechen Menschen heimgezahlt, was sie ihr Leben lang stolz dem Herrn zugefügt haben. Rache, Heimzahlung und Vergeltung übt der Herr an seinen Feinden. In seinem Zorn. Dadurch soll einmal wieder die Ehre Gottes hergestellt werden, die von so vielen mit Füßen getreten wurde. Zum anderen soll Gottes Strafe auch Furcht und Achtung bei denen bewirken, die seine Gerichte miterleben. Die Angst wiederum soll die Leute davon abhalten, zu sündigen und Gott zu missachten. So wird durch den Zorn Gottes und seine Strafe dem Gesetz und den Geboten wieder Bedeutung und Wert verschafft. Nun ist es aber deutlich, dass die Zornesgerichte Gottes nicht immer die Menschen davor bewahrt haben, weiter zu sündigen. Auch haben sie nicht in vielen Fällen zur Buße und Bitte um Vergebung geführt. Vielmehr haben genug Ungläubige und ungehorsame Menschen in ihrer falschen Haltung verharrt. Manche sind sogar noch störrischer und verhärteter geworden und haben Gott verflucht. So kann der Zorn Gottes eines Teils Furcht und Besserung im Menschen bewirken und das wäre ideal. Aber Gottes Zorn kann auch Verstockung, Ärger und Hass im Menschen hervorrufen. Es liegt ganz an der Person selbst, welche Einstellung sie Gott gegenüber einnimmt. Aber Gott tut, was richtig ist. Ob es seinen Geschöpfen gefällt oder nicht, ist nicht der Maßstab seines Handelns. Darum ist es besser, wir beugen uns heute vor ihm und erkennen seine Souveränität an und akzeptieren seine Weisungen und Gebote. Über den Zorn Gottes unterhalten wir uns heute in dieser Sendung. Wir hatten das Kapitel 16 aus Offenbarung dazu gelesen. Wir hatten uns drei Fragen gestellt über den Zorn Gottes. Erstens einmal, wodurch wird er hervorgerufen? Und zweitens einmal, was bewirkt der Zorn Gottes unter den Menschen? Und die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, lautet, wie kann Gottes Zorn gestillt werden? Wie bei so vielen Dingen im Leben ist es das Beste, wir lassen es erst gar nicht so weit kommen, dass Gott zornig auf uns werden muss. Das bedeutet also, dass wir seine Gebote respektieren, ihn fürchten und seinen Willen tun. Wir sollten auch, sobald wir es erkennen und verstehen, uns auf seine Seite stellen und Jesus in unser Herz und Leben einlassen. So können wir schon den Zorn Gottes vermeiden. Es gibt eine Möglichkeit, wie jemand, der sich gegen die Gebote und das Gesetz Gottes verschuldet hat, dem Zorn Gottes entgehen kann. Sie beruht auf folgenden Schritten. Erstens, der Tod Jesu am Kreuz. Jesus übernahm ja die Schuld der Menschen und erlitt an ihrer Stadt den Zorn und die Strafe Gottes. So wurde schon auf Golgatha im Wesentlichen Gottes Zorn über uns gestillt und auf Jesus gelenkt. Zweitens, der Zorn Gottes über uns wird gestillt, wenn wir unsere Fehler, unser Versagen und Sünden einsehen, zugeben und bekennen. Wo ein Mensch Buße tut, da vergeht Gottes Zorn über ihm. Wenn wir uns selber richten, dann braucht Gott uns nicht mehr zu richten und zu strafen. Drittens, durch unseren Glauben an Jesu Erlösungswerk wird der Zorn Gottes gestillt. Der Tod des Sohnes Gottes rettet uns nicht automatisch, er bleibt ohne Wirkung, solange der Mensch diese Tat nicht persönlich für sich in Anspruch nimmt. Der Glaube ist gleichsam die Hand, mit der wir die Errettung und Vergebung erfassen, die Jesus uns erworben hat. Weil Glauben für viele Leute eben doch etwas recht Abstraktes ist, empfehle ich das Gebet. Beten ist Sprechen mit Gott. In einem laut gesprochenen Gebet können wir Gott sagen, dass wir unsere Schuld einsehen und dass wir Jesu Erlösungswerk vertrauen und annehmen wollen. Viertens, durch ein verändertes Leben können wir Gottes Zorn abwenden. Eine neue Einstellung zu Gott und seinem Willen bringt eine neue Handlungsweise hervor. Wir werden nicht mehr abfällig und spöttisch über ihn reden, wir werden nicht mehr über den Begriff Sünde lachen, wir werden vielmehr versuchen, ehrlich, respektvoll und aufrichtig mit Gott und unseren Nächsten umzugehen. Wo Gott diese Verwandlung sieht, da wird ja auch sein Zorn gestillt und verwandelt sich in Zuneigung und Wohlgefallen. Fünftens, Gottes Zorn kann gestillt werden, solange es nicht zu spät ist. Einmal kommt ein Zeitpunkt, wo es keine Möglichkeit mehr zur Bekehrung und Umkehr gibt. Sobald der Gerichtstag hereingebrochen ist und sich der Zorn Gottes über die Menschen entlädt, gibt es keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Gott ist zwar ein Gott der Liebe, er ist langmütig und geduldig. Er sucht einen Weg, wie er uns vor der Verdammnis bewahren kann. Aber wenn der Mensch nicht rechtzeitig reagiert, wenn er gleichgültig ist und es darauf ankommen lässt, dann gibt es keinen Ausweg mehr. Dann kann Gottes Zorn nicht mehr gestillt werden. Er entlädt sich über die verstockten Menschen und ruht erst, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Engel werden in der letzten Zeit die Gerichte Gottes ausführen. Sie tragen goldene Schalen, gefüllt bis zum Rand mit dem Zorn Gottes. Sobald die Schalen ausgegossen werden, kommt es zu Tod, Leiden, Vernichtung und Verheerung. Nur die, die im Kampf gegen das Böse standhaft gewesen sind und dem Teufel keine Zugeständnisse gemacht haben, werden in die ewige Herrlichkeit Gottes eingehen. Anstatt Zorn und Strafe zu fühlen, werden sie Gottes Liebe, Fürsorge, Herrlichkeit und Bewahrung sehen. Warum sollten wir da nicht Jesu Erlösungswerken Anspruch nehmen und uns retten lassen? Wir beten. Herr, auch in deinem Zorn bist du heilig und gerecht und auch in deinem Zorn liebst du uns Menschen. Wir danken dir heute für Jesus, der unsere Schuld und deinen Zorn auf sich nahm, um uns zu erretten. Amen.